Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten fortgesetzt. Begründung, die Angeklagten sind. Ich habe die Stellungnahme gehabt, du Schwein! Ich werde jetzt in der Begründung fortfahren. Aber ganz klar, dass Sie hier mit äußerster Frontalität vorgeben müssen. Ihr mischt nicht an! Abführen, den Wader. Meine Kopf zwischen die Beine waren. Ein Rastbeabführen. Jetzt liegen die Gutachten vor und jetzt wollen Sie die Angeklagten ausschließen, weil sie verhandlungsunfähig sind. Das ist einfach ungeheuerlich. Herr Rechtsanwalt, Herr Rechtsanwalt, Sie werden nicht verhindern können, dass wir die Entscheidung begründen. Sie werden nur beweisen können, dass Sie mal näher anwenden können. Ich stelle fest, dass das ein Richter ist, dessen Beschäftigung ist. Es ist die Reihe, hier zu lüten. Sie hat die Schlagten ins Leben abführen. Sieben Jahre hielten sie die Bundesrepublik in Atem. 1975 wurde in der Prozess gemacht.